1, 2, 3 Und ich hab noch ein TVZ, seh ich grad Da bin ich doch glatt dabei Ja Du musst da bauen TVZ ist doch auch ein geiles Matchup Das macht schon echt viel Spaß Das haben wir am Start, das haben wir am Start So muss das sein Frage, spielt der jetzt wieder um Mutas? Die spielen ja irgendwie alle um Mutas Also mittlerweile kann man sich da als Terraner echt ganz gut vorbereiten Das geht mittlerweile ganz gut Du läufst dann da runter Und der Report da drüber Das ist auch relativ spät wieder, oder? Sieht das nur so aus Der Sache müssen wir auf jeden Fall auf den Grund gehen Was liegt an? Ja, ja, da ist ja schön liegen da draußen Was nicht passt denn, passt denn Da ist es sieht doch fast wie ein Bast aus Das ist jetzt die große Frage Also er rennt ja auf jeden Fall direkt drüber mit seinem Ding Wenn ich nicht recht drüber gerankt werde Wenn ich nicht recht drüber gerankt werde Wenn ich hier nämlich bedeutend mehr ignoriert Wenn ich hier nämlich bedeutend mehr ignoriert Dann wollen wir jetzt auch versuchen hier runter gleich direkt zu marschieren Das war jetzt ein bisschen risky, was ich hier mache, aber das ist ja nicht so schön Im Normalfall Geht da noch keine Gefahr aus Vor allem, wenn wir jetzt auch eine Widomein haben Vielleicht ist hier der Bumbo fertig Den können wir abbauen Ja, geh doch in den dritten So, eines hat er auf jeden Fall gereicht Er hat uns ein bisschen entschleunigt Was da ist jetzt? Okay, Holy Marsch, Fuck Was da wirklich verbauen Was da wirklich verbauen Das ist jetzt das Schöne. Wir haben jetzt hier 3 CC. 3 CC bei 4 Minuten 40. Heißt zumindest von ökologischen Sichtspunkten her, stehen wir ganz gut da. Wow, okay. Das ist interessant und vor allem weil der relativ spät ist. Aber da liegt man ja mit Tank Production schon mal gar nicht so falsch. Und hier würde ich dann aber auch ziemlich schnell explodieren. Und für den Fall, dass der irgendwie doppelt Roach Production oder sowas spielt, werde ich hier mal anfangen. Und schon mal nach unten expandieren. In einem zweiten Schritt. Nee, da muss ich stalken überall was die Sache ist. Super super. Super super. Ich kann mir auch trotzdem gut vorstellen, dass er wieder sowas spielen will wie eben der Kollege. So, hier lassen wir mal ein bisschen rumfliegen und gucken. Jetzt darf ich nicht die Fehler machen wie eben, sondern ich muss meine Produktion viel besser managen. Was ist denn hier los? Das finde ich nicht noch, ne? Das finde ich nicht noch, ne? Ihr Upgrade ist fertig. Es ist schön, dass man mich hier angreift. Ich bin für die Schacht gebunden. Ich bin für die Schacht gewonnen. Komm, da fliegt er erstmal hin. Haben wir uns ja auch noch verdrückt. So muss das doch sein. So, das macht so, wenn wir schon raus. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Abmaussperrer. Das kaum noch erfahrt. Nur zu. Unacceptable build location. Was ist das Ziel? Nimm uns unbedingt hier runter. Dann wollen wir das hier runter. Abmaussperrer. Los, los, los. Hier, komm ich. Wir warten nur auf Sie. Gottchen spiel der Mastlingmutter. Äh, äh. Link Bane. Schlimmutter. Ah, da hab ich gebrennt. Ähm. Hallo? Internet? Oh. Ja, da ist er. Ich glaub, der spielt ein Style, der nicht so für sein Internet gedacht ist. Was gibt's denn? Was ist wirklich nicht mehr, was mir alles lebt? Jetzt geht's runter. Abmaussperrer. Ist das kaum noch erfahrt. Ei, ei, ja. Ihr könnt hier etwas Hilfe gebrauchen. Hier ist. Kommt noch. Lassen. Durchgelassen und entsichert. Wir warten nur auf Sie. Bereit machen. Aufgedankt und Einsatzbereit. Den Ausdruck. Und so wie das wirkt, rennt er die ganze Zeit mit der Arm hoch rum. Mach ich zwar auch gerne, aber zum Glück nicht ganz so aus. Nice. Durchgeladen, los. Ich schmeck ganz schön in der Klemme hier. Was ist... Your upgrade is done. Im Anflug. Soll mich jemand hier raus? Und was jetzt? Abmarschbereit. Und raus. Verstanden. Das könnte ich mir nämlich schon denken. Der geht nämlich wieder auf Udis. Vor allem wenn er sich die ganze Zeit so leckt, ist das fürchterlich da irgendwas hinzukriegen. Einigermaßen. Worauf soll ich ballern, Sir? Die Minerals haben... Melde mich zum Einsatz. Was gibt's? Hm. Sag bloß, ich hab die hier. Lauter. Muss was befreien. Befehle sind zu befolgen. Reiz machen, Jungs. Auf Reiz. Ja, jetzt kommen sie alle raus, sehr schön. Falke zur Stelle. Befehle sind zu befolgen. Abruf bereit. Muss was befrag... Woraus soll ich ballern? Worauf soll ich ballern? Der ist das kaum noch erwarten. Unsere Army wird strafft. Wir sind bereit. Wo ist der Notfall? Empfang bestätigt. Volle Kraft voraus. Durchgeladen und entsichert. Wird gemacht. Geht raus. Das hätten wir ein Verleben. Bereits machen, Jungs. Wo ist der Notfall? Abruf bereit. Nutzen. Melde mich zum Einsatz. Nein, Gott, 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 Gott. Mineral Field ist verletzt. Und da sind wir hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Anstrengendes Spiel.